Pferdewetten Sportwetten 26.03.2020 Gewinn 63.965 Euro Fallschrägstrich South Africa Autor de Selza Mackenzie YouTube Heute am Donnerstag 26.03.2020 die ersten 5 Rennen als Schiebewetten im südafrikanischen Fall gewettet und mit einem Einsatz von 3.125 Euro insgesamt gewonnen 67.090 Euro netto also 63.965 Euro Von Vorteil war eben auch Aufgrund der dortigen Corona-Krise herrscht in der ZAR ein geschränktes Ausgehverbot weshalb wenig Zuschauer da waren und deshalb es auch so wenig Gewinner gegeben haben dürfte unter denen die Gewinne aufgeteilt werden müssen Fallschrägstrich South Africa 26.03.2020 Rennen 1 Great Aston Zulon on Müsthoip Nimmt Wikney Sandland 96.00 Euro 6.90 Euro City Deep Fallschrägstrich South Africa 26.03.2020 Rennen 2 Miss Eleganke 14.60 Euro 100.00 Euro 74 Magogo Oskana Zernetz Nünage Fallschrägstrich South Africa 26.03.2020 Rennen 3 Buck the Black Fiene and Ice 3 Euro 10 312 Euro 29 Maple Street The Bogeyman Blue Moon City Fallschrägstrich South Africa 26.03.2020 Rennen 4 Deal Me In Abdul Abdul Red Admiral 21.70 Euro 6776 Euro 78 Ford Läufe Ford Läufe Turf Master Fallschrägstrich South Africa 26.03.2020 Rennen 5 African Adventure Tough Choice 9 Euro 90 677.090 Euro 12 Rockstar Highlander Cancvery 67.090 Euro 12 Einsatz 5 mal 5 mal 5 mal 5 mal 5 gleich 3125 minus 3125 Euro 613.000 Euro 63.965 Euro 12 Bis zum nächsten Mal.